Hallo, herzlich willkommen zurück. So, da ich zugeben muss, diese Tür schon offscreen geöffnet zu haben, rücken wir unsere Snipper aus. Das Ding nehme ich aber trotzdem mit. Blazkowicz, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horden und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. The American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Den haben wir tatsächlich ein bisschen getroffen. Sie sind in der Position. Sie sind in der Position. Ah, der sprennt. Die American Bank müssen wir erreichen. Gut, ich würde mal sagen, das Hundi kommt nicht mal auf die Straße. Deswegen würde ich sagen, speichern und weiter. Da kam das Hundi doch noch auf die Straße. Ja, Hundi ist down. Ja, ich würde mal sagen. Ja, ich würde mal sagen. Ja, ich würde mal sagen. Das ist die Position, die ist gut. Naja. Aber jetzt würde ich sagen, speichern und weiter. Na, super. Das Ding würde ich ja gerade mitnehmen. Lade, 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 lade. Ach so, ich esse hier gerade. Tick, tack. Da sind nicht mehr viele hier drin. Das Ding könnten wir nicht mitnehmen. Scheiße. Ja, bist du ja! Für euren Suchscheinwerfer. Das Ding muss doch hier irgendwie rausgehen. Ich will das schweiß Ding haben. Oh Mann! Das muss möglich sein, das Ding hier rauszukriegen. Okay, facken wir Schäden. War ja vorhin schon hier drin. Alles klar, durch die Fenster können wir nicht. Hey, wie ich? Ja. Ja, die Schäden sind. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sei halt noch lauter. Ich habe mich erschrocken und merke gerade, dass ich den Timer vergessen habe, deswegen kann ich mir jetzt nicht aufschreiben, bei wie vielen Minuten ich rausschneiden muss. Aber das wird Bearbeitungsbank jehofftungsweise finden und wenn nicht, schreibt es mir netterweise in die Kommentare, bei welcher Minute das war, damit ich es nachträglich rausschneiden kann. Im Anschluss gibt es Wasser und etwas zu essen. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Müll. Warum hört man nämlich überall Schüsse? Ach, guten Tag. Geht sie gut? Gefangene. Heute ist Inspektionstag. Notiz eines Widerstandskämpfers. Lebendig kriegt der mich nicht. Ihr widerwältigen Regiebastakel. Wenn es eine Hölle gibt, werdet ihr besser in der Ewigkeit in Satansfeuerschmoren, ihr miesen Arschlöcher. Leckt mich doch. T-Punkt. Auf Notizen sind große Blutwecke zu sehen. Und dann ist das nämlich ein T. Oh ja, aber das ist typisch. Yo. Have a nice, have a nice day. Have a nice day. Also, dass wir die lauten Fenster haben, will ich in ein... Da kannst du mal die Schnauze halten. Versuchen Sie nicht, sich zu widersetzen. Dies ist eine Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit. Durchgeführt vom Gesundheitsministerium. Jeder, der den Anweisungen des Gewitterung folgt, erhält Nahrung und Wasser. Schönen Tag noch. Ach, bitte. Alter. Halt. Ich schnauze, man. Er nervt einfach. Das ist eine Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit. Durchgeführt vom Gesundheitsministerium. Jeder, der den Anweisungen der Inspekteure folgt, erhält Nahrung und Wasser. Schönen Tag noch. Ich schnauze. Ich schnauze. Ich schnauze. Ich schnauze. ok merken im bus liegt gesundheit und rüstung hier speichere ich auch noch einmal so der bus ist erst mal bist du die alles los hier sagt das fenster kein ton ok ich will jetzt mal gucken wo das hier unten hingeht hat er alles widerstandskämpfer genuss hier wo wir sind feuer feste wo wir das hier stinken muss warum verbrennt die das gefangene heute ist inspektionstag inspekteure des gesundheitsministeriums jetzt für sicherheit sorgen wir fallen hier in eine rüstung drin im anschluss gibt es wasser und etwas zu essen schönen tag noch aber guck mal hier waren wir ja schon gefangene heute ist inspektionstag versichert sich zu widersetzen dies ist eine maßnahme zu ihrer eigenen sicherheit durchgeführt vom gesundheitsministerium halte einfach die schnauze jeder der abnahmung der inspekteure folgt erhält nahrung und wasser schönen tag noch hier geht es ja nirgendwo hin langweilig ach krass ich komme nicht mehr raus gefangene oh der soll die schnauze halten heute ist inspektionstag inspekteure des gesundheitsministeriums werden jetzt für sicherheit sorgen bleiben sie ruhig und folgen sie den anweisungen im anschluss gibt es wasser und etwas zu essen schönen tag noch noch jemand ich hab doch über 200 Schuss ok nicht ganz ok nicht ganz alter haben sie mich entschrocken ey ja blablabla und blup halt die schnauze interessiert niemanden krass 100 leben krass 100 leben hoch der nerf gefangene es ist inspektionstag dies ist ihre eigenen schutz verwegen sie den anweisungen dann erhalten sie was zu essen und nahrung schönen tag noch halt die backen sorry dass ich so aufs speichel mache aber ich hab keinen bock dass das spiel dafür wenn wir das nochmal warm machen müssen alter da hinten platz in das trommelfell wenn wir das fernsäck kaputt machen und hier mal sagt das kein ton guck mal die grüste das war jetzt zwar verschwendung aber naja warum können wir hier oben hin was gibt es hier hier gibt es 100 leben schön wir haben noch 130 im herr ich weiß doch was mich hier erwartet lol wir hatten gar nicht die dreier schuss aktiviert aber jetzt haben wir es nicht so speicher ich ich will nicht rein ins wasser ich will nicht in das wasser ich kann die tragödie nicht rückgängig machen aber die verantwortlichen bestrafen wo sind wir hier eigentlich in was für nee wie heißt das level eigentlich wir sind in die rohze das gesundheitsministerium untersucht sie auch hier kann ich noch gar nicht mehr zurück dies dient ihrem eigenen schutz folgen sie den anweisungen dann erhalten sie was noch etwas zu essen ich bleibe jetzt erst mal unter wasser der typ nervt mit seiner rede alles klar unsichtbare wand in die order haben die es echt besser hingekriegt moin höh loin Untertitelung des ZDF, 2020 Warum füllen wir hier in die Ecke? Schrankheitssymptome. Dies dient ihrem eigenen Schutz. Folgen Sie den Anweisungen, dann erhalten Sie Wasser und etwas zu essen. Schönen Tag noch. Arschbombe, holen Sie! 360 Arschbombe, no scope. Warum gibt es hier nichts unter Wasser? Ist doch behindert. Hä? Wo bin ich denn? Die Sicherheit gewährleistet. Folgen Sie den Anweisungen der Inspekteure, dann erhalten Sie Nahrung und... ... ... ... ... ... oh ey wie wirst du aber die Leute retten kann los ich will wissen kann man die Leute retten scheiße Waffe wechseln dauert jetzt zu lange man kann die Leute glaube ich nicht retten oder okay jetzt habe ich gespeichert egal gibt er noch den autosave los ja man kann sie nicht retten Bethesda gibt uns nicht die Möglichkeit die Leute zu retten scheißspiel Deinstallieren nein Spaß soja kommen nochmal die letzten Tic Tacs hier dann sind sie auch ich lade jetzt noch einmal und laufe gleich los ich glaube sie schießen wir haben gesehen wie das dauert bis sie schießen wenn wir nicht loslaufen die 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 Wie wäre es mit einer Abkürzung durch dieses Gebäude? Ach, arme Leute. Ich wollte euch retten, aber Bethesda hat uns nicht die Möglichkeit gegeben, euch zu retten. Bedankt euch bei Bethesda. Wir sollten nicht so verschwenderisch sein. Aber wir können das sowieso nicht mitnehmen, weil wir ja da durch müssen. Hä? Oi! Gefangene! Es ist Inspektionstag. Das Gesundheitsministerium untersucht Sie auf Läuse und Krankheitssymptome. Dies dient Ihrem eigenen Schutz. Folgen Sie den Anweisungen, dann erreichen Sie Wasser und etwas zu essen. Schönen Tag noch! Läuse und Krankheitssymptome. Das Gesundheitsministerium untersucht Sie auf Läuse und Krankheitssymptome. Dies dient Ihrem eigenen Schutz. Folgen Sie den Anweisungen, dann erhalten Sie Wasser und etwas zu essen. Schönen Tag noch! Gefangene! Heute ist Inspektionstag. Inspekteure des Gesundheitsministeriums werden jetzt für Sicherheit sorgen. Bleiben Sie ruhig und folgen Sie den Anweisungen. Im Anschluss gibt es Wasser und etwas zu essen. Ja, Junge. Halt die Schnauze! Vielen Dank für den Zuschauer, vielen Dank für die Zerbeidung. Haut rein! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!